Herzlich Willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Hysteria. In der ersten Folge haben wir in Damensee einige Quests erledigt. Und ich glaube, da sind wir auch noch nicht fertig gewesen. So, fragt euch dann wahrscheinlich, warum ich jetzt hier rumlaufe. Ich habe wieder, ich glaube, zwei Level trainiert. Ich glaube, Edna hat irgendwas gelernt. Ich sollte vielleicht vorher mal nachgucken, was... Ich glaube, hier, Schmetterball hat sie gelernt. Ich glaube, das war es auch. Täuschungsschlag und so, überall, wo neu ist, sieht man gerne. Aber sonst hat hier niemand was gelernt. Oder... Aber dann könnt ihr ja hier sehen, ne? Dann hat vielleicht wieder einschalten. Ja, ich glaube, Edna hat was gelernt. So, ich gehe jetzt mal hier hin und guck mal, wie die Dinge jetzt hier ausgerüstet sind. Da habe ich noch alles perfekt. Ja, ich hoffe... Okay, sehr gut. So ein Vieh, habe ich Osten gekämpft und jetzt hat mir eine Menge Erfahrungsgutte gegeben. Und deswegen... Guter Tier wieder einschalten. Jetzt habe ich die Aufnahme irgendwie beendet habe. Ich habe noch so ein bisschen rumgelaufen, habe drüber gesammelt und so. Nach meiner Trainingssession, ich glaube. Und... Und... Einer bestimmten Stelle war immer... So eine Mimik. Und der ist auch noch hier geblieben, anscheinend. Sehr gut. Der dauert, da fühle ich ein bisschen, wie sei realiert. Ist aber, was soll's. Aber wir gehen kaputt. Äh... Okay... Äh... Äh... Hält hier auskommt, heute macht aber auch nicht viel Spaß. Ich mach mal gesund, ich bekomme. Naja... Ich weiß irgendwie zwei Kall. Es kam so인ik da an. übertrieben ich meine der lässt sich auch fertig machen 6 sternstunden habe ich schon mal gehabt 6cm 1900 30 100 100 100 100 100 100 100 100 Ich bin auch kurz von den 50 Ich bin auch kurz von dem 50 ja 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 was ging begegnet noch mehr von denen die leichte richtig bei mir schatz herrlich ist auch immer so gut oder habe ich verfaust wurde ein kleines gelernt oder kreis bei den angewendeten der luft betrauer wird verbunden werden und eine art von rauwind und traur wenn es hier zur fleischende brise ok der mit violettas storm und er hat ausgelernt die verstorben ok ja gut und alle noch den ja warte mal erlernt nichts mehr war hat erlernt nichts mehr sie auch nicht super das kann auch ausgehen bisschen mehr trainieren soll haben wir verbraten jetzt gehen wir mal nach darmsee auch glaub ich noch ein skid in verbindung mit diesel jetzt hätte er level ich hoffe es auch einige arts gibt die man so weise nicht durch quests bekommen kann ich glaube ich nicht wir gehen nach damit sie was aus weil da war noch irgendwie ein skid und es natürlich an für die kinder dieser schau mal nai yasler daった na lady reich noch gargido ja kain sma hajik sa ziでもしない die 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 zaken jana zmiを貸してまでも前に進もうとしてるやつ Wenn sie mit dem Schmuck wegkennen, dann würden sie aufzunehmen. Das ist nicht so, dass sie nur die Runde voranbringen. Du bist so ein Schmuck. Du bist so lange schon überrascht. Ich habe keine Ahnung überrascht. Ich muss das jetzt noch mehr so sagen. Es ist ein Schmuck. Das ist so, was ich. Naja. Oder die machen einfach weiter. Wenn es nicht einfach ist, dann wird die Anwesen, aber... ...lass mal ihr pennen irgendwo. Mein Gott, kostet das hier nichts. Ich hab glaube ich auch einige Kräuter benutzt, so dass ich von jedem Zehen hab. eigentlich hätten habe ich durch verteidigung geben so habe ich fokus gegeben desel habe ich anders gab gegeben mit leo dingens art verteidigung ihr art angriff von jedem kp habe ich glaube ich hätte meine meister zeit gegeben also irgendwie gut man sieht irgendwie natürliche werte die haben von der zeige also als die natürliche werte 170 29 viel mehr verteidigung mehr ausrüstung und den titel und also was nicht gut dann weiß ich es wäre von natur aus irgendwie die höchste dies und das hat dann kann mich darauf mehr konzentrieren hier war ich irgendwie noch du noch ein kind ja ich bin da größte ich weiß das war jetzt irgendwie nicht so recht handwürdig erklang schon wieder so bewundernswert von ihr irgendwie weil sie nicht will doch gar nicht meine güte was ich will auch kann da so so sehr geschätzt wird von allen es wäre irgendwie ein heiliger oder so obwohl er eigentlich nur weil ich ein guter typ ist viele was ich meine ist leider aber in japanischen und spiel oft so glaube ich auch noch was ja ja diese logos ausmalen müssen sich irgendwie das wohlwollendes hat ehrlich erschlichen haben seit diesem gerede über krieg hat er links und rechts die besten aufträge abgesagt und ein reparator nachschub für die truppen ob ich erstickt dann als ein galt kreakt zu einem typen es war einfach ein hochstab als wenn ich empfunden werden kann ein paar leute an den team kennen können vielleicht sollten wir uns erst dorthin gehen um mehr zu erfahren das schloss genau aber auch mal reingehen also war ja sehr beliebte einen typen mal noch da diese ganz auffällig bösen typen wahrscheinlich kann ich da nicht rein ja so weg ich bin der jährte noch mal der schlosser will ist vom bad los leuten ja ich habe doch mal nach was mich durch ich werde ich kann machen ich will oder die noch ob wir können wir haben glaube ich auch noch nicht ja gut dann auch normalen will sagen ich will dass wir ganz in dem christ hier aus dem weg räumen irgendwann gleich sind da noch ein paar kinder hier wo sagst du noch irgendwann zu den kindern das auch von natur aus nicht vorbeigen sollten ehrlich gesagt wir helfen aber wie machen wir hat keine brücke haben wir mit der eine brücke gesprochen ja ich bin mir jetzt nicht sicher wer es gibt wo die kinder kommt mal mal machen wir mal ein machen wir mal ein uns jetzt mal ein .. und uns jetzt mal ein Ich werde kurz vorlesen, dass ich mit den Levehern zu tun habe. Ich habe vielleicht mit den Levehern zu tun. Ich habe vielleicht mit den Levehern zu tun. Das ist sehr interessant. Genau. Es wurde mit den Levehern zu entwickeln. Das ist... Das ist Normin. Das heißt, es ist eine Art von den Levehern zu entwickeln. Das heißt, es wurde mit den Levehern zu entwickeln. Das heißt, es ist Normin. Das heißt, es ist eine Art von den Levehern zu machen. Normin ist nicht gekommen, oder? Ich habe das Geld. Lass mich. Ich habe das Geld. Obwohl, jetzt habe ich nicht mehr so viel Geld drauf. Ich tue alles irgendwie in diese Herrscher des Landes und so reinpacken. Das ist eine gute Idee. Okay. 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 Marlind. Wir sollen hier mit jemandem reden. Der irgendwas über diesen Logos-Typen weiß. ist. Irgendwann, ich bin jetzt gerade da. Ich habe mir die Kaltabstatt gesehen. Nee. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, ob ich das eher nervig oder gut finden soll, wenn man die ganze Zeit ja so Flüstergeräusche hört im Hintergrund. schon so was ganz klein nervig ist okay damit wirkt ihm etwas logos ist ganz verdächtig er ist dann außen es geht bist du logos er wird das über diesen spiel wissen informationen das reichwort aus weiter gibt aber wenn du mir eingefallen tust kannst du mein vertrauen bin na was meinst du meinetwegen das amstande bringen wir faunen fehler die faunen leben im patina bald habe ich sind nur fehler jetzt wo die armee gliffelt abgeriegelt hat bekommt man sie nur schwer ja dann hat man von seinem boss bekommen dort sich also durch die abstimmung bei der armee gemobilt nicht schlecht also gut ich vertraue dir so ist informationen einspielen im bereich roland ist nicht wahr geht zum unterirdischen wie wir akkuatung in damensee dort wirst du direkt auf etwas stoßen weg die wald ist mit uns durch besser bei allen Ok Aquapol ist... Ne, Aquadoom. Hey! Es ist für seinen Handel mit seinen Objekten wie Iris Steinen bekannt, aber kürzlich hat er auch die Tour der Brücke übernommen. Rein aus verschlafenem Kaffee mal hinter dieser Miskalo ist ein ziemlich gutes Händchen bei Geschäften. Kommt er nicht raus, oder was? Vivian Equadoom. Da wo wir ganz am Anfang waren, mit Leila und Mikio, also Leila Mikio. Neue Equadoom. Neue Equadoom. Ja, ich bin echt, außer kommt irgendwann so ein Typ hier, der sich alles nicht ausgibt. Der ist nicht echt. Er ist einfach nur Kacke. Ja, ich sag hier. Vivian Equadoom. Na gut. Ich spreche mal, wir haben heute den 30. und 12. Er ist nur noch heute und morgen. Und dann noch mal schon wieder ein ganz neues Jahr. Schön war. Gab es hier eigentlich nur Orte, wo ich vorher nicht hin konnte? Ja. 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 Deswegen gehack ich mich da raus. Das ist eine große Herausforderung. Wenn du auf die Reaktion des Flughauses zerbrest, dann kannst du jemanden über die Horvill-Wir kämpfen. Aber ich habe nichts gehört. Natürlich. Wenn du, wie du, wirst du diesen Tag beherrn, wirst du dich beherrn. Es ist egal, wenn du dich überraschst, wirst du dich überraschst. und ihre steigern sie denn echt niemand wenn wir sagen was kannst du immer noch der türkopf und schauen wie es hier geht das machen wir doch mal ich nur gesehen leider reist mit einem unbekannten jungen hier in ein stadt 20 vertrauens verbindet sie wie diese texte ein immer voll spoilern die wiese des triumphs oder keine ahnung keine ahnung aber einfach damensähe glaube ich sie sind doch schon auf reise hochgestuft sentimentale dame glaube ich ja mal ein roter iris stein gelber iris stein nach bekommen dann irgendwie diese raf neue dinge gelber violette wenn ich noch mal angucken aber weil er noch blühen packt er hat so nachgaben die öffentliche karte ja ich meine finger in dieser kohle ich dachte irgendwie ich hatte den ps4 controller heute auf diesen großen knopf in der mitte drucken ja ich meine wir können zwar gehen oder ausrufezeichen sind ja immer so sachen die wir noch nicht weitermachen können oder einfach nur so vermerkt werden ja das geht irgendwann weiter ja trotzdem mal bei alicia vorbeischauen und aufhören spontan immer irgendwo hinzudrücken meinet war mich bin ich selbst haben oder sogar was geil ok erst mal verwandert es wird auch verladet Ich bin der Angst, ich habe noch nicht. Wie war es? Ich bin froh, dass ich die Geschichte vor dem Erinnerung habe. Ich habe mich nicht geflogen, aber es war sehr schwer. Es war ein bisschen schwer. Ich habe mich nicht geflogen. Ich habe mich wirklich geflogen. Ich habe mich immer noch nicht geflogen. Das war's für mich. Na gut. Rosa Wangen halten. Ah, cool. Wir sind schon sowieso weg. So, wir haben sechs Missionen. Ich muss mal den nächsten Schwein oder an die Schaf. Das ist viel, was ich verweidbar habe. Ach ja, ich weiß, woher wir müssen. Wir müssen unter dem Wasserfall gehen. Das habe ich ja gefunden. Ja, okay. Stimmt, wir haben ja unter dem Wasserfall haben wir unseren Weg gefunden. Wird gehen wir da als nächstes hin, weil ich sonst nicht wüsste, wo wir hingehen sollen. Ich weiß noch mal, ob irgendwie Ausrufezeichen irgendwo sind oder so. Aber... Sagen, war es dann für diese Folge. Ich war Lachs. Ja, damit... Wir haben ja auch andauernd hier. Ich weiß gar nicht, warum ich hier die ganze Zeit in den Gashäusern übernachte, aber ich will einfach in der Bälleer Höhen näher. Es gibt vielleicht ja auch Wald. Da haben wir schon fast die Elfte. Und Alisha. Alishas Last Day. Schon wieder. Ja. 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 Also, ich weiß noch nicht, warum ich so eine große supplyseite bin. Das ist ein kurzer Fehler. Im Moment, ich glaube, die Bälle aus der Alisha ist ein sehrün議ier. Aber das ist eine sehr k coughes Kupach, wenn ich das Problem einigiocher bin. Das wäre auch's gut. Also, Alisha hat schon so eine Frage. Wie sagt das nicht, dass das fair ist? Ich glaube, dass man was falsch sagen kann, dass wohl das rechtlich ist. Wenn man sich für das Problem verauspielte, würde ich sehr riskieren. Youseht? Der Mann ist ein Mensch. Das Ergebnis, dass die Frau eine Sprachlösung über die Verlust ist, dass die Frau ein wenig zu wissen ist. Das ist das. Das ist ein wahrer Fall. Aber es ist eine Art von der Verlust auf das Problem. Es ist ein weiterer Verlust auf der 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 Verlust auf dem Fall. Und da ist es, was sie beschäftigt. Das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz, die ich mir nicht so. ist dann wenn ich debatte ja wir sind auch in der nächsten folge jetzt bei tales of hysteria ich bleibe alle zuschauen bis zur nächsten folge